Wie ist der Schampagne aus dem Hause Verve Glicquot? Verve Glicquot Rosé Champagner Dieser Champagner aus dem Hause Verve Glicquot kann durch die 200 Jahre Erfahrung der Familie bestechen. Auch dieses Produkt ist ein Meisterwerk der Winzerkunst. Der Rosé Champagner erhält den Süßegrad Brüt und ist somit sehr leicht und fruchtig. Das charakteristische Präkeln dieses Champagner wird durch den Zusatz von Kohlensäure erreicht. Sobald Sie diesen Champagner in ein Glas gießen, werden Sie die volle und kupfrige Rosé Note wahrnehmen. Diese rührt daher, dass eine enge Verbindung zu roten Weinen besteht. Somit besteht dieser Wein aus einer Komposition von verschiedenen Rebsorten. In diesem Champagner vereinen sich Chardonnay, Pinot Noir und ein Pinot Meunier. Dadurch wird ein runder Geschmack von roten Beeren erzielt. Insbesondere die Aromen des Pinot Noir dominieren diesen Rosé Champagner. Um diesen Champagner zu genießen, sollten Sie ihn zu einem tollen Dinner servieren. Ein tolles Filet vom Kalb oder auch Zander mit einem fruchtigen Risotto wird durch diesen Tropfen ideal abgerundet. Auch ein schönes Sorbet oder eine Schokoladenmousse wird besonders vollmundig, wenn Sie ein Glas des Verve Clicquot Rosé Champagner genießen. Der Alkoholgehalt dieses Produktes liegt bei 12,5%. Dieser Champagner wird Ihnen in einer 0,75 Liter Flasche geliefert. Um die Haltbarkeit zu gewährleisten, wurde das Produkt vor der Abfüllung geschwefelt. Verschlossen wird die Champagnerflasche mit einem Korken. Damit der Geschmack auch bei längerer Lagerung erhalten bleibt, sollen Sie den Champagner trocken, kühl und dunkel aufbewahren. Aber nicht nur der Geschmack kann überzeugen, auch die Verpackung ist ein echtes Liebhaberstück. Der Champagner wird in einem hochwertigen, robusten Karton geliefert, der auch schon den edlen Inhalt erahnen lässt. Mit diesem Champagner können Sie viele schöne Anlasse würdigen und genießen.